willkommen ist es zu einem kleinen Vorstellungsvideo von mir KXLP ja viele von euch werden mich vielleicht wieder erkennen von meinen fünf Abonnenten die ich von meinem anderen Kanal habe und ja ich mein Kanal hieß früher Let's Game 19 wurde leider gehackt von irgendeiner keine Ahnung von wem hat 100 Abonnenten und ja leider habe ich jetzt das Unglück gehabt und wurde gehackt und ja hier habe ich meinen Kanal Design was ich schon seit längerem habe aber ich suche einen etwas besseren beziehungsweise neuen und ja ich hoffe auf eine bessere Arbeit von mir und auf bis auf ich hoffe auf mehr Abonnenten und ja ich wollte euch noch ein Kanal zeigen und so den ihr auf Kurs Germany 2 um ja ihr könnt mal vorbeischauen er ist sehr nett er will mir helfen hat er gesagt und ja wer macht echt tolle Videos 176.460 Abonnenten 40 Millionen Aufrufe ja also perfekt ich habe mir das Video anguckt alle Videos geht Leute mein Name ist Heim Dessi und ich habe ein kleines Problem aufgrund einer ja das war ein kleiner Part von seinem Video drei Sekunden lang guckt ihn mal an er sieht gut aus ja H&M wird gestürmt das müsst ihr euch angucken naja Leute das was mit dem Vorstellungsvideo und ja falls ihr noch Fragen habt könnt ihr euch einfach bei mir melden äh per pm per Skype ihr wisst alles in der Beschreibung ja wir sehen uns beim nächsten Part wenn es wieder heißt killxlp tschüss P